Ich weiß, dass es hier oben ist. Es muss sich nahe sein. Dose. Mit was? Ich konnte nicht lesen, was da steht. Oh, shit. Du hast es gefunden? So wären die alle beim Militär. Ich sehe keinen. Es kann durchaus eine Falle sein. Schleich... Schleich ins Lager. Dann schleichen wir mal. Wie ein Profi. Nein. Er sagt... Er sagt, stay on your guard und... Der läuft einfach weiter. Ist leer. Sonst würden die es nicht offen lassen. Und für so viele Leute nur ein Zelt passt auch nicht. Ich glaube, das ist nicht ihr Lager. Leer. Ach du Scheiße, das war doch ein Kinderbezug, oder nicht? Das Camp ist zu klein. Es kann nicht sein Hauptbasis sein. Das ist das, was ich dachte. Schau mal an. Es gibt wahrscheinlich ein paar Scheiße, die von uns ausgelöst haben. Soup Express. Was stand da? Flaschen. Schau. Aber es sieht aus, dass jemand davon aus diesen. Vorher. Da hat sich jemand dazu voll gefressen. Schau. Ich weiß nicht. Schau. Jetzt ein Jack auf den Grill schmeißen. Das arme Tier. Ist... Na? Ist da was drin? Leer, oder? Shit. Äh. Save Loots. Lootkist. Und? Was drin? Was ist diesen Monat? Äh. Was ist denn was? Milch? Milchkarton. Aha. Er hat so merkwürdig geguckt. Oh oh. Äh. Ich kann hier nichts mehr machen? Sein Ernst? Er hat so merkwürdig geguckt, als wäre irgendwas. Und wir haben nicht nachgeguckt, ob in den Kissen noch was drin ist. Trink was. Es ist gekochtes Wasser. Es hat doch gedampft. Nothing. Ich mag das Englisch. Vor allem von der Mutter. Nothing and empty. Okay. Eine Fernbedienung? Eine Kamera. Ich würde die noch nicht angucken. Ich würde die nur mitnehmen. Was findest du? Eine Videokamera. Lass mich das sehen. Die Batterie ist tot. Oh, gut. Was ist denn? Was haben wir noch hier? Mal schauen, ob wir etwas sinnvolles finden können. Ich traue ihm keinen Meter. Ich sehe, dass du diese Waffe verwendest. Ich lebe dich ziemlich gut. Bist du ein Hörer? Nein, aber Lilly hält uns alle auf einer normalen Trainingsschedule. Lilly, oder? Sieht so aus, dass sie diese Demokratie von dir läuft. Nur weil sie beibringt. Vielleicht weiß sie, wie man eine Waffe benutzt hat. Das hat doch nichts damit zu tun. Meine Güte. Sieht so aus, dass sie hier ein bisschen erwartet haben. Ja. Da war was? Nee, da ist nichts. Zelt. Da hat ein Kind gelebt. Das sind Schädel, oder was ist das? Ach, eine Puppe. Ein Schlafsack. Alter, eine blutige Puppe. Ich habe mir überlegt, ob man die Clementine geben kann, aber die ist blutig. Ah, Mann. Ähm. Die Geräusche gefallen mir nicht. Jesus. Ist da ein Kind gemischt? Was ist das? Was ist das? Tja. Ist das eine Lampe, oder was ist das? Was ist das? Klemm's mit zu. Scheiße. Und ich habe, ich habe gesagt, ich habe was gehört. Was ist das? Die Geräusche, die du nicht zurückgezogen. Ich bin nicht zurückgegangen. Du sagst ihm, Jolene nicht zurückgegangen. Hey, wir hatten eine Verkaufnahme. Wir haben eine Verkaufnahme. Nicht zu stellen, als wir uns geberten dir ein Essen. Was ist das? Du hast eine Verkaufnahme mit sie. Ich bin sie. Oh, ich weiß. Ich weiß was du bist. Und ich weiß was du machst. Du nicht wissen, mir. Steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Who the fuck are you? Look, it's not safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. It's a hell of a lot safer up here than down there, you best believe. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball and into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of these. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. Us? What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir. I need it. I need it to kill you fuckers. Us? Go on. Tell him, boy. Tell him, what you got in mind for us. Alter. Warum? God damn it. You straight up murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed in my forehead. She had also me so is not. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. Then it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah. Once they see this, they'll get the message. Die Frau wusste was über ihn. Come on. So ein Penner. Ich vertraue den beiden kein Meter. Oder der ganzen Farm trau ist kein Meter. Was für ein Problem die Frau hatte, wusste ich auch nicht. Sie wusste wohl irgendein Geheimnis, aber was für ein Problem die mit Männern hat. Hatten Männer irgendwie, ah, wurde ihr was angetan? Oder ihrem Kind? Oder war das jetzt wegen dem äh, Typen da? Dem Bauern da? Dem da? Woher willst du wissen, dass sie es war? Sie ist nicht die einzige mit einer Armbrust. Meine Güte, warum streitet die immer? Was ist passiert mit ihnen? Ich weiß nicht. Es sieht aus, wie es sich ein Problem hat. Es ist ein Problem mit euch, was ihr alle? Sie haben verschiedene Ideen über wie wir unsere Gruppe machen sollten. Wenn sie nicht finden, diese ganze Zeit verletzt werden. Nein, es ist einfach eine schwierige Zeit. Jeder ist wunderschön und die Leute fühlen sich ein bisschen verrückt, wenn ihre Tumme ist empty. Und Lee? Keine Angst über die Banditzen. Ich bin sorry, dass du mehr Violence gesehen hast, als ich in dein Zeitpunkt dachte. Aber alle sind hier sicher. Keine Angst. Ich denke, ich werde mal schauen. Keine Angst zu weit. Dinner wird bereit, bevor du es kennst. Und danke für deine Freundin Koch wieder. Sie und die Kinder sind in der Wohnung mit der Kau. Diese Frau ist ein Lebenssicherer. Die sind mir zu nett. Clem. Hallo. Ah, für die Kuh, damit der Kuh nicht kalt wird. Aber hey, ich habe ihre Mütze zurück. Alter, dieser Danny. Dieser Sack. Ich traue dem keinen Meter. Ich traue der ganzen Farben. Die ist zu freundlich. Der andere, der ist auch zu freundlich. Die sind alle... Ah. Was mache ich auf einmal hier? Meine Güte. Ich traue den allen nicht. So freundlich nach drei Monaten immer noch zu sein. Geht nicht. Was? Der hat so einen Waffenfetisch. Ihr Amis, ganz ehrlich. Äh. Wie geht's? 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 Ich habe jetzt auch deinen Doktor. Ihr müsst euch für viel Energie, um die Generatoren zu gehen. Wie geht's? Die Leute sind hause. Und einige Kälte von Bremsen, die einen hohen Preis vermitteln. Ihr seid glücklich, dass ihr jetzt hierher sind. Die Tierärztin sagt, dass sie eher Tierärztin für kleinere Tiere ist, wie Katzen oder Hunde und sowas. Wir waren ja schon bei der anderen Farm. Ihr Leute sind hier ziemlich in den Sticken. Hard to find. Hast du viele Besucher? Nicht mehr. Bandits, natürlich. Ich hab' diese Schulkinder auf Tour bekommen, vor der Todeszeit. Ihr möchtet die Kälte wirklich. Was nicht zu lieben? Nicht viel, ich glaube. Genau. Ich werde dann aufs Essen warten. Es wird ein guter. Ja, mein Misstrauen ist aufgefallen. Ja, was auch sonst? Aber stimmt, ich hätte vor denen kein Misstrauen vorspielen sollen. Scheiße. Hab'n Fehler gemacht, siehste? Ein dumm, dumm Fehler. Ja. Werkzeugkasten, was ist... Yeah. Eine wirklich kleine Kälte. Was ist da drin? Eine Zange. Ein Multitool. Äh, Tool. Toy. Multitool. Ich werde das nur ein Sekund. Oh Scheiße. T-O-O-L, nicht T-O-Y, ne? So. Oh Gott, bin ich doof. Äh, jetzt wird es bestimmt jeder falsch verstehen. Ach Gott. So. Kann ich mit denen eigentlich wieder... Hey, so... What happened at the camp? Did you guys find any more of those guys that hurt Mark? Ich sag ihnen die Wahrheit. We found a woman in the woods. She was talking all crazy and had a crossbow. So Danny killed her. Holy shit. Was she one of those bandits? I don't know. I think she was trying to tell me something. But then, he just went off. I don't like this, Lee. I still say we should go back to the motor inn, where we at least know what to expect. Find ich auch. Sie wird sich das merken. Ähm... Ich erzähl's jeden... Woh? Ich erzähl's jeden der Gruppe, denn... Man muss sich so vorstellen, wenn wir eine Gruppe sind, dann sollten wir auch so handeln wie eine Person. Also jeder sollte wissen, was der... Ey, der Vater, was macht der? Jeder sollte wissen, was der andere weiß, ne? Also von den Informationen her. Damit die auch beide das gleiche denken, gleich handeln können, mit dem gleichen Wissen. Also, dass sie sagen können, hey, okay, der macht das jetzt, weil er das denkt. So, ne, wisst ihr, was ich meine. Damit auch keine Fragen aufkommen und dass man sich untereinander besser kennt und so. Hast du das Gefühl, dass was hier passiert ist? Was macht dich das? Was hat genau in dem Camp passiert? Äh... Das ist nichts. Nehmt dich über das. Die Paranoia ist mir einfach ein bisschen an. Ja. Was sagt grad der Richtige? Äh... Aber jetzt, ne, grad wenn ich davon spreche, man sollte sich alles erzählen und sagt, ne, das ist Paranoia bestimmt. Bin ich Paranoia? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ach, aber gut, es ist ja auch irgendwie jeder. Ich würde ja auch ungern wollen, dass jemand einfach mal in meiner Farm herumgammelt. Dann würde ich mich erst mal wundern, warum ich eine Farm habe. Und danach würde ich mich beschweren, dass er in meiner Farm herumgammelt. So. Und wieder zumachen, damit keiner friert. Ist ja klar. Ist ja wenig draußen jetzt. Na. Na. So eine Tochter wünscht man sich. Katja sagt, Mabel könnte ihr ihr Baby heute Abend haben. Wir sehen, Clementine. Was ist das? Ist das nicht ein Salzstein? Daddy sagt, es ist ein Salzlick. Ja. Aber nicht lick es. Es ist gross. Did you lick it? I don't know. Ach Gott. Salzsteine für Kühe, Rehe oder so. Förster, die Jäger. Die stellen auch so Salzsteine einfach mal auf so Baumstumpen, damit die Tiere dran lecken können. Ja, ja. Damit die ihre Vitamine, äh, Mineralien bekommen. Was sie sagen wollte eigentlich. So eine Tochter wünscht man sich. Weißt du, sie guckt erst mal zu Lee und fragt, oder fragt halt mit den Blicken, ob sie das darf. So, und. Wirklich, wirklich toll. Ich wünsche jedem so eine Tochter. So, äh, ich fang mal erst mal, äh, hier an. Hey, da, Andy. Ja. How are you doing? Wie geht's der Kuh? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Yeah, wie den legt so ganz cool. Yeah. Ich bin schon, ich bin schon eine coole Tierärztin. Yeah. Wann denkst du, äh, wir könnten essen? Hügel, ja? Nichts Wurzeln. Mama kackt ein bisschen guter Grubb. Ja, da freut sich jeder. Das kann ich nicht neben den Kindern erzählen. Wir haben diese Frau in den Waldemarien getroffen. Sie scheint, deinen Bruder zu kennen. Ja, er, äh, er spricht wahrscheinlich ein bisschen mehr, als er sollte. Und wieder was verheimlicht. Ja, ja, ich merke mir das alles. Have I missed anything? No, not really. Hm, it's most funny in here. Like duty. Kids. Übrigens hätte man gesagt, äh, das war höchstwahrscheinlich so, wenn man jetzt Clementine gesagt hätte, dass nach Scheiße stinkt, dann hätte sie das auch gesagt. Und jeder würde jetzt merkwürdig gucken. Aber es riecht nach... Naja. Süß. Kinder eben. Na komm, ich guck mir Emma an. Ey, sorry. Ich nenn, ich nenn Kühe aus irgendeinem Grund Emma. Ich weiß gar nicht, wo ich mir das als erstes angehört hab oder so. Nichts gegen Leute, die Emma heißen. Also, falls ihr Emma heißen solltet, äh, ich mein nicht euch, ich mein die Kuh. Ja? Emma. Na? Sie sieht schon prächtig aus. Aber gut, kann daran liegen, dass sie schwanger ist. Ne, trichtig. Trichtig sagt man ja, benetieren.